Herzlich Willkommen zu einer Runde Halo Wars. Ich spiele jetzt eine Runde Halo Wars, weil ich gerade Bock drauf habe und nehme das einfach mal auf. Und wenn dieses Display euch dann Spaß gemacht hat und ich ein paar weitere Runden davon machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare oder irgendwo hin halt. Ich brauche keine Aktualisierung. Ich brauche einfach nur einen Multi-Achso. Diesmal müssen wir ein Computergefecht machen, weil wir haben gerade kein Internet hier. Labyrinth 2 gegen 2, das ist geil. Das Labyrinth ist geil. Spür ich Kai. Nochmal. Ich spiele auf die Schwierigkeit normal. Ich kann, ich spiele so gut, aber trotzdem, schwer ist mir manchmal echt zu schwer. Und deswegen... Habe ich jetzt 1 gegen 1 gemacht? Nee, 2 gegen 2. Ja, doch. Nein, das ist jetzt 1 gegen 1. Egal. Hier erst mal... Ich zocke ihn einfach ganz schnell mal runter. Wird schon nicht so lange dauern. Erstmal ganz viele verblieben. Zielpunkt wäre mir halt wichtig, dass ich diese Basis da einnehme. Zwei Basis sind muss. Reichen mir. Ah, Kaserne vorständig. Na gut. Macht jetzt erst den Regier... Nein! Egal, Jolo. Mal gucken, was der Gegner so hat. Mal schauen, ob wir das sehen können. Na, mich scheint er noch nicht unterwegs zu sein. Nein, wir können das gerade nicht sehen. Haben wir den keinen Erkunder nochmal? Oder wie sagt man Erkunder? Ah! Rögelig. Ah, da. Cool. Nügel groß, Mann. Was? Egal, ich bin normal. Ich will jetzt einfach eine KI haben, ne? Mehr brauch ich ja gar nicht. Schnell ist das noch nicht. Ich brauche eine Marineeinheit. Marine! Mandarine! Marins! Marins können loslegen. Ich würde sagen die Marine. Warte auf Befehle. Du siehst erst mal hier. Dann könntest du Befehle annehmen. Den Basispunkt machen wir mal genau davor. Noch eine KI. Noch eine KI. Das ist einfach meine... Hör ich da gerade Schüsse oder irre ich mich? Wenn ja, wenn ich Schüsse höre, dann werde ich ziemlich scheiße. Warte auf Befehle. Oh nein. Schatzbereit, Sir. Warte auf Befehle. Green mäßig zu dien. Wer wird unterwegs? Green ist andersbereit. Das ist ja nicht vollständig. Ich bin nicht stolz. Ah, die Steuerung hat sich da irgendwie korkett geändert. Schatze ihn aussteig. Alle Hand halten. So, Karl habe ich gerade nicht viel da, aber... ...reicht ja. Mit 10 kann ich ja alles erobern. Wird da gerade so rausgebaut. Gut, 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 gut. Ich habe gerade mal wieder vergessen zu reden. Kann das sein? Ah, ich hasse es, wenn ich vergesse zu reden. Zu reden. Zu reden vor allem. Zu reden, meinte ich. Nein! Aber egal. Wenn ihr da reingefallen wären, das wäre so geil gewesen. Lolol! Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Da habe ich ganz viele da. Ja! Ich meine... Das ist kein Problem. Na 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 na. Mach mir eine Menge hier. Kommt ihr mal hier? Schädel. Schädel. Hier hat man höher sein. Rüstung ist die Po. Ich werde mal die Po. Admetralin. Adrenalin vor allem. Adrenalin natürlich. Was soll ich mich noch auf das Wagen? Höh? Lol. Loll. Was soll ich mich noch auf das Wagen? He? Lol. Biu, biu. Scheiße. Das hat natürlich super geklappt. Das blieb mich durch den Arsch. Das sind die Brüder und die Brüder. Behebe? Behebe? Ja, Sir? Working out? Pull in? Okay Lichtfahrzeuge, ich bin vollständig Klammwerfer, auf der Handlung bereit Klammwerfer, wenn Sie auflegen Fahrzeugdruck vollständig Lokale Einheiten Alle Einheiten Frischfleisch erforscht Jetzt wird es heiß Alle Einheiten Die Fahrzeuge Anwenden Ausgleichung vollständig Alle Einheiten Lokale Einheiten Schatten Die Hände Hör Alle Einheiten Untertitelung. BR 2018 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 Geht auf den Hüten. Boots! Boots! Boots, Boots. Kommt die Verstärkung gleich. Bands. Keine. Boots! Boots! Das ist schon wieder so eine lange Folge. Egal, ich muss ja Folgen bringen. Jetzt gehen wir gleich drauf, würde ich sagen. Loll! Der kann sich einfach wegbiegen! Woah! Shit! Holy Shit! Junge! Boots! Tjuh! Alle Einheiten, ich sage, dass wir mehr Panzer brauchen. Alle Einheiten. Ah! Oha! Ich sage, die Lama schicken. Ich sage, die Lama schicken. Oha! Oha mehr Panzer. Oha mehr Panzer! Schießt, 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 es wird schon wieder nichts mehr da so hochgeteilt. Ich glaube, wir müssen doch mal eine Aufnahmepause machen. Sorry, kurz für das kleinere Bild. Gut. Gut. Wisst ihr was? Ich höre an dieser Stelle auf und mache nächstes Mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao.